190 Banken in den USA vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie die Silicon Valley Bank. Kleine und mittelgroße Banken, die auf einen erheblichen Teil der CAE-Kredite, Commercial Real-Suite-Kredite, entfällt, sind in dieser Situation besonders gefährdet. Okay, ist ziemlich ernst, oder? Ihr wisst doch noch, wie nervös ihr wart in der Silicon Valley Bank-Krise. Das ist die zweite Phase, die wir gerade erleben für den Bankenbereich.